ja du schon wieder hat sowohl noch nie genug von minecraft gehabt und dann mache ich kurz fast einen abgang fantastische sehen die zuschauer heute aus wenn das noch keiner gesagt hat ich muss wegen euch die ganze zeit mit helm hier umsetzen ihr seid einfach umwerfen ok genug geflirtet genug geflirtet für das erste hier fülle ich das erst mal mit erde aus tatsächlich und tatsächlich fülle ich erst mal diese ganzen ebenen mit fackeln aus da hört man die schafe ok hier werde ich dann so einen hafen machen da oben muss auch noch ausgeleuchtet werden ich glaube die können von oben noch kommt natürlich fängt sie jetzt an zu regnen man kennt naja fängt ein bauprojekt an wie kann man seine ruhe haben als bilder gut da mache ich ein zwei löcher hier noch mal ein bisschen künstlich abweitern ich möchte die sparen wahrscheinlichkeit zu kriegen wie möglich halten weil das ist halt logisch hier haben sie eine möglichkeit hoch zu klettern gefällt mir das sagt einfach mal ein keine freiluft für villager ich könnte ja komm ich mach ihn noch mal kurz gedacht der adblock werden meine güte paranoia 10 von sich ich muss nicht aufpassen könnte aber nach ihr abweichern verzichten also in die richtung und dann dann eine farm für die bilder machen muss ich mal schauen also ich habe jetzt nicht zeit als alles vielleicht zu machen auch jetzt ist man hier noch mal ein zwei blöcke weg möchte weiter aus ist das krabbel ja schatt mir das sowie wie krabbel zu sein 1 2 3 4 6 für den fall wirklich wunderbar mit zählt das jetzt einfach nur wissen was die höhe ist aus dem runter plumpsen kann und noch überleben. Aber es kann mir auch hier jemand im Kommentar schreiben, falls das wer weiß. Sonst würde ich das irgendwann googlen, wenn ich es nicht vergessen habe. Bis dahin. Was machst du da oben? Interesting. Das müsste ich eigentlich runter bekommen, das Schaf. Ja komm, ich mach erst mal zu. Mach da erst mal zu. Ich hab auch keine Lust, dass irgendwelche ungewünschten Gäste von oben runterfallen. Wie fandest du heute das Mittagessen? Ekelhaft. Müsste ich mal durch den Stein dann ersetzen. Und das passt da. Was ich auf alle Fälle auch machen werde, ist erst mal hier dann so zu machen. Also man muss sich vorstellen, das große, ganze Konzept ist ja folgender. Ich erkläre das erst mal, wenn ich Melonenfresser. So. Habe ich jetzt erst mal größtenteils ausgelostet. Ich bin mir ziemlich sicher, da kann nichts mehr so bohren. Ich werde da oben noch die Linie hier wegkleiden, was an Erde vorhanden ist. Denke ich halt, braucht man nicht. Und da wird hier der Hafen gebaut. Hier ist so eine Ecke. Mit einer Brücke bis dahinten. Da hinten war ja auch noch mal so ein Village-Chateau. So. Aber nun, für das erste geht es nun weiter. Jetzt bin ich ein. Ich habe tatsächlich nicht das mal hier zu machen. das wollte ich sagen ich wollte dann noch mal haufen weißer holz sammeln für saun diese bätsch google 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 es ist nach verdammt hat wohl keine zahnsäude verwendet da hilft auch keine mundspülungen das ist halt wenn mund draußen und filter schmüffelt aus dem mund mit gb und das wird alles dann abgift abgift ändert in der position des gesteins angeschaut nickerchen wie verlauf so leider steht ja immer noch ich finde dieses kommentar schämen von der konnte ohne sleep nighter das ist mir das kann ich hier rein dann bin ich auch happy der blog da oben muss auch noch weg garantiert sind die guckler noch am start sieht nicht danach aus gut hat sich aber gerade danach gehört als wenn die guckler noch da google 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 sind sie eine taube nein ich hoffe einfach dass ich in der folge jetzt die brücke zu ende bauen kann das macht was mache ich dann was mache ich das verraten sie es mir jetzt jetzt aber jetzt geht's los möchte ich eine brücke haben die überdacht das ist eine coole idee eine überdachte brücke wenn er schon so lang ist der tunnel dahin da mache ich am bereitet von vier das sind doch viele viele 1 2 3 gut wird langsam parallel geht da muss man sagen das war immer unfassbar smooth bis ich das tempo verloren hat den fisch ist erschrocken der fluch ist auch abgelaufen das heißt ich habe schon über eine stunde aufgenommen ich kann ich muss aber auch schauen ich kann nicht immer garantieren dass seine folge täglich kommt ich versuche mein bestes natürlich aber manchmal kennt man selbst hat man einfach keine zeit noch was zu machen ich streue nebenbei noch kann man gerne vorbeischauen bei gbgl twitch das war mein instagram nevermind gbgl ist mein name da ist das programm aber auch fast fast bald 500 followers und da bringe ich regelmäßig content größtenteils nintendo in letzter zeit würde ich sagen also ich bringe sehr viel pudelmuddel als minecraft bringe ich hier ist auch so storm wir das nicht kennen overwatch habe ich da auch mal gespielt aber größtenteils spiele ich das ja mit leute weil alleine macht es keinen bock ich möchte nicht von randoms angeschrien werden hier hin auch klingt gut und ja aber wenn wir den garten könnte man gerne vorbeischauen hallöchen sagen aber erst mal hier ein bisschen streng möchte ich hier doch ich möchte an so nackigen felsen ankommen also nicht dass ihr denkt ich stehe auf nackige felsen nein nein aber mir gefällt mir das der gedanke dass ich hier zwar noch ein bisschen gestein da zusätzlich habe würde sagen die ist schicht entfernt noch dann dann füge ich mit der erde hier noch mal das loch aus mache ich eben ein bisschen weg super ja und dann brauche ich den panzer hier auch nicht hallo lange nicht gesehen ok wieder wurden begangen hat er fast selbst umgebracht ich nenne die pk zu erst mal den hässlichen erdenloch fels dünn zählte grau muss ja nicht sein dass das die ganze landstatt und staltet und das auch die schaufel kaputt ok auf sie isabelle ich nenne meine türe auch immer wieder anders keine andere schöne blaue farbe übrigens nehme ich mir tatsächlich mit wenn ich schon mal dabei noch mal eine melone ist doch auch eine melone muss ich mir nur merken aus welcher richtung ich gekommen bin da ist ein schwein möchte ich die schweine töten eigentlich nicht könnte sogar ein doppel dorf bauen das ist eine gute idee da ist eine biene wie kam die biene hierher viele fragen sie wenige antworten das sind abgrund hallo interessiert mich nicht zurück zum pferd ich habe nur noch zwei minuten ich gehe mal ein bisschen weiter auf erkundungstour wir wollen wir ein bisschen erkunden oder da ist schon ein laberfluss tatsächlich den kann ich mitnehmen da wäre man tot gewesen das sind kühe tatsächlich ich müsste man kann ich die kühe nicht anbinden jetzt sagt mir nicht ich habe die jahren zum anbinden nicht aber dann nehme ich die lava mit für würde ich aber noch mal gerne mitnehmen wollen das hatte ich auch noch nie in mein kopf wie komme ich da am dümmsten ran wenn jetzt irgendwo von oben wie creeper runter kommt mich anbomst moment ich bleibe hier erst mal auf sicheren gebiet sicheren gebiet links glaube ach nee der andere mut gulli schon wieder hot stuff du bist hot stuff okay lava mit der episode hat die episode nenne ich hot stuff beendet die folge vielen dank fürs zusehen reingehauen tschüss tschüss so